Wir haben jetzt wieder zurück, unter dem Wasserfall. Mit Stix und mir und Kuhn. Let's play für Schweizerdeutsche und so. Das ist ein relativ schwieriger Durchgang, den wir hier gefunden haben. Wir können jetzt natürlich wieder zurück. Hier ist der zweite. Er schaut eigentlich weg. Das würde eigentlich passen. Dann kommt er rein. Dann laufen wir zueinander vorbei. Nein! Duh! ICH HÄB MÜSSÜB RÜBERSCHRENGEN SIEDLICH! Sehr wahrscheinlich. Ah, wo starten wir jetzt wieder? Ich sag's dir. Hat das jetzt als müsse sein, Kuhmann? Ich weiss ja nicht. Aber hey! Wir werden spannend auf uns zugehen. Ich könnte natürlich auch sagen, hey, ich mache es draussen. Woah, that's Lib. The outcast was seen a few days ago inside the town walls. Leog, it is a stain, an insult to this room. She should have finished him when she held him, Captain. He'd better watch out when he crosses our path, because we'll blame him before to live. Manche, ich kann mich da heben, wenn ich mich jetzt reihe lade. Ist der Seiten der fallen lassen? Mann. Ich bin so, wie ich bin. Komm. Einmal mehr, starten wir. Oh, hey, ich find's cool. Woah, that's Lib. The outcast was seen a few days ago inside the town walls. Leog, it is a stain, an insult in this room. He should have finished him when she held him captive. He'd better watch out when he crosses our path, because we'll play him before delivering him to the carrier of light. Perhaps he has already taken on the appearance of one of us. His disguise will not rule us for long. He is far too different from us. Ah, set's the normal. He's very clear. He's going to get in the middle of the train. Er macht das hier erst eine normale Runde. Er steht dort raus. Gut. Dann, wohin geht er? Entschuldigung. dass ich dir hier ein Ohr gewusst habe, aber es ging jetzt gar nicht anders. So, dann steht er dort überall. Jetzt schaut er hier über den Balkon aus, oder nicht? Nein, er läuft weiter. Der andere, der dort hinten ist da. Kommt jetzt da entgegen. Schaut in der Mitte raus. So, jetzt. Schaut hier raus. Da hinten schaut er doch auch raus, oder? Ich wünsche mir, dass ich den jetzt einfach so zum Fenster austauschen kann. Hä? Das wäre doch elegant. Kommt. Nein, das geht nicht. Hast du gehört, was er noch gesagt hat? Stop killing me. And I won't tell anyone what you did with that apple pie. Ja, 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 ja. Komm. Immer lieb bleiben da. Aber es ist eine knifflige Passage. Ich weiss gar nicht recht, wie ich das machen soll. Ich habe keinen Basteltisch. Ich habe keinen Pfeil machen. Ich habe keinen Sand. Ich habe überhaupt nichts. Schaut. Eich蒸. Danke. Baden intermediranch. Also, wie sind sie am Anfang gerade gelaufen? Der eine läuft raus und der andere läuft hinter und weiter. Das heisst, ich könnte gleich nachlaufen und nach hinten wieder zum Fenster raus. Okay, so wie zu gut. Boah. Er läuft hier unten. Er bleibt bei allen Fenstern stehen. Der andere sollte entgegenlaufen, wenn ich das richtig sehe. So. Ausser durch am Meneus. So. Wow, heftig. 24 Meter. Er dreht sich gar nicht zu stressen. Ja, und da? Da jetzt, oder? Wieso jetzt da? Ich finde das gemein. Und, äh, jetzt nur so wenig. Ich kann da jetzt noch ganz kurz sammeln. Also, immerhin ein Pfeil. Das müssen wir halt auch ein wenig sparen. Und dann geben wir das Signal. Boah. Boah. Das ist ja auch hier. Oh, ja. Das ist noch da. Ah, ja. Das ist jetzt noch da. Auf geht's. Auf geht's. Auf geht's. Oh, ja. Nein, nein, wir sind wieder in der Truf. Ah, habe ich sie wieder verpeilt, oder was? Aber gut, sie ist rein. Immerhin, sie ist rein. Das ist schon mal gut. So, verstecken. Okay. Okay. Amberskin! Nein, schon wieder. Der hat nur auf mich gewartet. Ich bin zu weit vorne gegangen. Also komm, nochmal. Das schaffen wir doch jetzt. Unglaublich. Unglaublich, aber leider wahr. So. Nächster Versuch. Der so-called Fortress hat mehr Homes als Rundown Rock. So. So. Los. Los. Nichterbeswirtschaft. Nichterbesaver. rob Geld ist rhythm. Cert. Ja Cent. Ur. Deuts. Vier. confian. Erkt. Ein. Hey then 0 So, warte bis sich alle beruhigt haben. So, warte bis sich alle beruhigt haben. Danke, Sticks. So, warte bis sich. Nein! Nein! Schon wieder. Einfach pure Unfähigkeit. Aber... Mensch, oft. Das ist noch da. Habi habi habi. So. Woher muss ich? Wohnbezirk. Ich glaube, ich gehe hier oben durch. Oder? Wie wir das am Anfang nicht machen wollten. Oh. Oh. Nein. Hey. Ich wasse so Bändel... Ehrlich? So Bändel-Zeug? Ich sage das, hey. Mann, Mann, Mann. Das macht mich, das macht mich anders. Wirklich. Es tut mir wirklich leid, dass ich dir deine Zeit vergeude. Aber hey komm, heute schaffen wir es wenigstens noch in Wohnbezirk, damit wir nächstes Mal etwas Neues anfangen können. Ja, Mann. Danke, Stix. Mein Flugzeug kann jetzt nicht mehr in Korangar sein. Die Dark Elf wird bald bemerkt, dass ich ein Pass mache. Ja. Wir treffen uns auf der anderen Seite. Perfekt. Jetzt kann Haledrin was, was er will. Wir nehmen uns diese Möglichkeit zu besuchen, den herrlichen Karangar zu besuchen. going to find that shape-shifting bastard. So, dann steh es wieder. So... und so... So, dann gehen wir wenigstens da her. Dann darf ich uns helfen. Quitt! Jaaa! Ja, Honni! Wie schlecht kann man sein? Wie schlecht kann man sein? Ah, sonst hat es gar nicht alles Pizzeli aber... Wauw, ich habe hier eine. Das ist das Verlöck. So, ich habe hier zum Glück nicht runtergefallen. So, das haben wir hier alles. Aber wir haben zwei, das bringt uns jetzt auf den ersten Blick noch nichts rechts. So, das ist das Verlöck. So, das ist das Verlöck. So, das ist das Verlöck. So, dann treffen sie sich da in der Mitte. Also, ich weiss auch nicht genau, wie wir jetzt da vorbeikommen wollen. Aber das ist das Verlöck. So, das ist sicher. ... ...Niemieterle Piskse, nein, nein! Hey. Also komm. Boah, was ist das, hey, für ein Nervenkitzel gewesen. Jetzt bin ich wirklich einfach durchgeschlichen, so schnell wie möglich da weg, damit wir nicht nochmal sterben. Ja, und wie es so im Wohnbezirchen weitergeht, das ist der Teaser für die nächste Folge. Da bekomm man Let's Plays, wenn es wieder heisst Sticks Shards of Darkness. Bis bald.